hey ho und herzlich willkommen zurück zu pokémon kolosseum mit tibi let's play vor der sehr gut verriegelten sicherheitstür im lagerturm wir mussten noch einmal gegen alle vier krypto vorsitzenden antreten um uns die id marken zu holen die man in die farbigen pokéballförmigen schlüssellöchter reinstopfen kann und ich würde sagen mit solchen sicherheitsvorkehrungen ist wahrscheinlich was sehr wichtiges bewacht schauen wir uns das mal an das geht dazu moment mal ihr kommt ja nicht mehr weiter und ein weiterer knüpft knüpft ein krypto knecht namens bantan möchte sich uns auch noch in den weg stellen also ist es denen sehr ernst dass da definitiv keiner reinkommt jetzt bin ich mal gespannt angriff ist zwar gesenkt aber das ist für psianer egal psych strahl sollte schon ausreichen maske regen ist ein flug pokémon ich wage es mit feuer oden als nächstes kommt scaraborn und es ist ein krypto pokémon silber hauch eine sehr effektive käfer attacke allerdings nicht wirklich stark so scaraborn ist vom typ kampf und käfer ich würde sagen wir nocken erst mal maske regen aus du sollst bitte feuer oden ein durchbruch Tut schon weh. Wir tasten uns langsam ran, okay? Kein Volltreffer, bitte. Dankeschön. So. Noch einmal Durchbruch. Autsch. Gut. Ich nehme mal einen Netzball. Wir sind ja sehr von Vorteil bei einem Käfer-Pokémon. Also los. Jawohl. Skalborn wurde gefangen. Wieso hat McCairner gesagt, dass du so stark bist? Ähm. Weiß ich doch nicht, was ihr für eine schlechte Kommunikation im Team habt. Egal. Wir gehen jetzt weiter. Endlich in den Turm selbst, geschweige denn in die Kuppel am Boden und ich kriege eine E-Mail. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Ach, von Byte aus Orkos. Krypto-Pokémon-Liste. Safe, ich hab's geschafft. Auf der CD-ROM ist eine Liste von Krypto-Pokémon, aber ich konnte sie bisher nur teilweise wiederherstellen. Ich schicke dir die Daten der 29 Krypto-Pokémon, die ich schon identifizieren konnte. Bis später. Wo genau? Bei den Krall-Infos wahrscheinlich. Lore-Bloids, Igellava. Gut, das sind die anderen beiden Joto-Starter, die man ja sehr früh bei Fennec schnappen kann. War ja damals so, dass drei Krypto-Knechte die Ausgänge nach Süden, Westen und Osten versperrt haben. Und man dann wahlweise einen herausfordern kann und so auch wahlweise eben einen Starter bekommen kann. Wir hatten uns damals für Tyra Krok entschieden, von Mysteriesoldat Marino. Diesen von den anderen Mysteriesoldaten. Und dann haben wir noch die Daten von einem sogenannten Metorgros. Ich weiß schon, was Sache ist. Aber dazu später mehr. Erstmal betreten wir jetzt die wunderschöne Lobby des Lagerturms. Trommelwirbel bitte! Funfare! Beifall! Juhu! Die Eröffnung! Findet gerade statt. Und seit der Eröffnung des Turms bist du gerade der tausendste Gast. Glaubst du das wirklich? Schließlich hieß gerade erst Eröffnung. Rocker Ray hat einen interessanten Humor. Planas und Georock sind seine Pokémon. Gut! Gut! Was nehmen wir denn Schönes? Ich würde sagen, Morgengrauen, nachdem Libeldra Erdbeben eingesetzt hat. Ah, du setzt Schutzschild ein? Das ist schon mal clever von dir. Mogelhieb. Schreck zurück. Naja, egal. Wie ist denn das funktioniert? Okay, gehen wir einfach mal anders in die Sache ran. Psychokinese auf Georock. Feuerodem. Auf Planas. Du setzt wieder Schutzschild ein. Ja, schön für dich. So. Yay! Level ab für Psyana. Was kommt als nächstes? Hariyama. Aha. Aha. Die Beldra schreckt wieder zurück. Die Beldra hat hier gerade echt nicht so gute Karten. Aber das Gute ist, dass Georock erst nicht explodiert bis jetzt. Das heißt, sie ist schon sehr willkommen. Jetzt kommt Powerpunch. Okay. Ich hab's schon verstanden. Die Beldra, komm bitte zurück. Lass mal Suikone spielen. Okay. 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 So. Noch ein Steinwurf zum Große. Mhm. Jetzt ist aber mal genug hier, ne? Wehe, du setzt Schutzschild ein. Okay. Hat schon gereicht. Wunderbar. Okay. Aber so ein kleiner Scherz muss man... Da muss man nicht gleich in der Rage fallen. Bah. Nee. Gib zu. Du warst ein wenig stolz, der tausendste Gast zu sein, oder? Nee. So. Das ist also das Foyer. Beziehungsweise die große Lobby. Interessante Bilder. Was hat man da? Ich kann's nicht genau erkennen. Das sieht ein bisschen vermackt aus. Naja. Willkommen im frisch eröffneten Lagerturm. Wie wär's? Einen kleinen Kampf zur feierlichen Eröffnung? Oh, ich dachte, du wolltest mir jetzt über den Turm erzählen, aber gut. Peiner ist unsere nächste Gegnerin mit Flunkkiefer und Metang. Und ich hab vergessen, Libellra nach hinten zu packen. Mhm. Das ist jetzt etwas ungünstig. Eigentlich im Allgemeinen, weil wir Stahl-Pokémon als Gegner haben. Mhm. Erdbeben würde allerdings schon viel bringen. Aber Metang müsste Schweben beherrschen. Ich mach das mal so. Wir tauschen um zu Ante und zu Ikone. Ich's mir lieber. Okay. Euer Sturm. Und Surfer. Wir haben aber auch kein Heilungsgerät gesehen, ne? Dann müsst ihr wahrscheinlich den Weg wieder zurücklaufen. Weil die Tränke würde ich gerne noch ein klitzekleines bisschen aufbewahren. Andererseits, wir haben genug. Ich muss jetzt nicht am falschen Ende geizig sein, denke ich. Wir sind zwar schon sehr nah am Ende, aber... An sich sind wir gut gerüstet. No. So, auch dieser Kampf ging jetzt vorbei. Ohne Krypto-Pokémon. Huch, eigentlich hätte ich doch gewinnen wollen. Nun, da ihr schon mal hier seid. Seht doch doch um und amüsiert euch ein bisschen. Mache ich gleich. So. Okay. Gut, den Anzugträger da hinten möchte ich erstmal ignorieren. Hier haben wir noch jemanden. Hallo. Schon bald werden Gäste aus der ganzen Welt zu diesen Turm pilgern. So viele werden uns hier besuchen. Dann werden viele Menschen sehen, wie ich kämpfe. Und ich werde weltberühmt. Jawohl. Aber du bekommst meine speziellen Kampftechniken heute schon. Vor allen anderen zu sehen. Artist Mascara. Kämpft mit Baldur, Fisch und Seemon. Gut, lieb gern. Eine Wasser-Pokémon-Trainerin anscheinend. Da ist die Beldra natürlich wieder so ein bisschen von Nachteil. Aber... Wir haben noch den Salarstrahl. Andererseits, warte mal. Baldur, Fisch ist ein Gift-Pokémon. Weißt du was? Ich nehme Erdbeben. Hat doch Step. Sehr effektiv. Volltreffer. Yay! Ok. Ok. Und... Impegato. Ok. 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 Bitte Schreck zurück. Nein. Hydro-Pumpe. Ok. Ich dachte, das ging zu Libellra, aber ist ok. Ist ok. Und Salarstrahl. Volltreffer. Das hatte keine Chance. So. Mascara ist besiegt. Yay! Oh nein, ich habe verloren. Bevor ich berühmt werden konnte. Ich werde noch mehr üben. Bis ich eine charismatische Trainerin geworden bin. Okay. Das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Und hier ist nochmal ein Bild von Roselia. Da haben wir eins von... Äh, äh, wie hieß das nochmal? Kapaloris? Was ist hier? Slot Machines? Hier ist eine Spielhalle. Oh. Du bist also dieser Seth von Team Krall, hä? Mit dir wollen wir schon lange kämpfen. Und ich werde der Erste sein. Jetzt zeig mir mal, dass du wirklich so toll kämpfen kannst, wie alle immer sagen. Biker Jack. Mit einer Wand voll eidarmigen Banditen hinter sich. Setzt Donphan und Sandama ein. Bodentypen. Gut. Nach Tara heil dich bitte mal. Und zu Ikone kommt... ...kommt... ...ihm Austausch für Libeldra rein. Höf. 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 Und Knatsch! Und Knatsch! So, kommt mal was hinterher? Level Up für Libertra! Yay! Awesome! Morlord! Okay. Trägst auch noch einen Surfer ab. Aus Prinzip. Man fühlt sich nicht benachteiligt. So. Okay, ich setze mich nochmal ein bisschen um. Dann schlägt man heute das Bein ein. Ja. Ich bin besiegt? Ja. Was für ein Gegner. Kann ich eigentlich auch spielen? Nee, darf ich wohl nicht. Aber hier ist ein Händler. Willkommen! Schön euch hier mal wieder zu sehen. Äh, ich bin das erste Mal hier. Wie? Erinnerst du dich nicht an mich? Ihr müsst euch doch erinnern. Es ist schon eine Weile her. Wir haben uns in Fennec getroffen. Oh! Marino! Von dir haben wir doch Tyrakrok gekrallt. Mein Name ist Marino. Ihr habt mich vielleicht vergessen. Aber ich vergesse nichts. Ihr hattet... Ihr hattet die Stirn, mir Tyrakrok zu stehlen. Also ihr hattet den Mut. So soll ich es mal stehen. Okay. Aber heute ist endlich der Tag der Abrechnung gekommen. Endgültig! Ja, der Name Marino fällt einem dann doch irgendwie... ein bisschen aus. Ich glaub der andere hieß Rosso. Aber wie der Grüne hieß, weiß ich nicht mehr. Rosso konnte ich mir auch früher noch merken im Sinne von... Ruß. Den... Igel Lava. Gut, dass die Halle dabei nicht noch kaputt gegangen ist. Na, das ging ja schnell mit deiner Rache. Verflucht! Schon wieder verloren! Und weg ist er. Na sowas. Kann ich aber auch mit nix interagieren, ne? Höchstens mit dir. Die Organisation, die diesen Turm gebaut hat, will hier wohl reiche Persönlichkeiten aus aller Welt versammeln und ein riesen Vermögen scheffeln. Aber dafür brauchen sie doch bestimmt eine Attraktion, auf die die Leute aufmerksam werden. Meinst du, der Turm alleine reicht nicht? Ne, ich denke mal eher, dafür sind die Kämpfe mit Krypto-Pokémon gedacht. Rasa-Chou. Ja gut, okay. Hey, Krypto-Pokémon haben natürlich auch irgendwo ihren Reiz, denke ich mal. Zumindest in irgendeiner Weise. Ich persönlich verstehe es nicht so ganz. Ich meine, du hast dann ein Pokémon, was sehr eigenwillig ist. Was auch mal dich selber angreift. Was auch keine neuen Attacken lernt. Was auch nicht auflevelt. Es wirkt irgendwie so ein bisschen... Nee. Also ich verstehe den Reiz noch nicht ganz. Nur weil sie jetzt stärker sein sollen. Angeblich. Also ich bin froh, wenn ich meine erlöst habe. Ah toll, Ente ist verwirrt. Ich wage es trotzdem mit Feuersturm. Und Feuerodem, es wird sehr feurig hier. Ja, Level Up für Nachttara. Und für Ente. Yay. Nein. So. Schwalboss kommt als nächstes dran. Okay. Ich hatte gehofft, wir wären dann gleich durch. Aber gut. Ganz knapp. Ganz, ganz, ganz knapp. Okay. Weißt du, Schwalboss leuchtet? Das wird offenbar eine Attacke werden. Das wird offenbar eine Attacke werden. Im nächsten Leben, Schwalboss. Tschüss. Tschüss. Und Wumms. Brunona ist besiegt. Wunderbar. Sehr gut. Es sieht mir gar nicht, eh nichts zu verlieren. 800 Pokedollar mehr nicht? Oder habe ich mich gerade verlesen? Na egal. Und? Kapiert? Kämpfe sind immer eine Attraktion. Egal, wer gewinnt oder verliert. Na ja. Nun gut. Dann kann ich diesen Raum auch mal verlassen. Okay. Haben alle ein bisschen einstecken müssen, ne? Ich würde sagen, die rechte Kammer können wir auch noch betreten. Hä? Na? Hast du dich erschreckt? Hahaha. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass hier jemand durch die Tür kommt. Und meine Pokémon werden euch gleich noch einen weiteren, noch viel größeren Schrecken einjagen. Bodybuilder Tür Renno. Hat auch einen sehr wunderbaren Humor. Interessanterweise hat er einen Knuddelhof. Es passt irgendwie nicht so ganz auf. Obwohl... Irgendwie fließt es jetzt gerade noch viel mehr witziger, wenn ich darüber nachdenke. Egal. Wir rumpeln erstmal ein bisschen rum. Und dann schauen wir, dass wir vielleicht doch in die kleine Kammer kommen. Wäre schön, wenn ich da meine lieben Kleinen heilen könnte. Ne? Okay. Sonst müsste ich den ganzen Weg wieder zurück. Bei diesem komischen Tunnelsystem. Das zwar sehr linear aufgebaut ist, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Okay, das war's schon. Schrecklich, du bist ja unglaublich stark. Das war's schon? Die ganze Zeit stillzustehen und einfach nur zu warten, das ist unglaublich anstrengend. Ich wette, du hättest damit auch Schwierigkeiten, oder? Ja. Ja. Oh, äh. Auch ein interessanter Raum hier. Hi. Kommst du zum Essen? Wenn ich auf die Uhr gucke? Ja. Wie schade, das Essen ist noch gar nicht fertig. Zur Entschädigung serviere ich dir einen exklusierten Kampf in drei Gängen. Wow. Drei Gänge. Jetzt bin ich mal gespannt. Als Vorspeise geht's. Wheelie und Schluck weg. Immer gut, Schluck weg frisst alles, was vor seinen Fühlern gerät. Das ja, aber... Würde ich ungerne als Salat definieren. Ich mein... Das ist mir ein bisschen zu... Zäh. Ich mein, das ist ein Gesteins-Pokémon. Das ist nicht so meins. Sehr effektiv. Wunderbar. Noctu ist der zweite Gang. Wut. Naja. Gegrillt vielleicht. Schade, das hat jetzt gut reinhauen können. Kommst du Ikuni, wir wagen es nochmal, ne? Ist zwar schon sehr angeschlagen, aber ich wage es einfach trotzdem. ein kleines Glöckchen. Das will ich auch nicht essen. Das Schlimm ist, ich habe jetzt wirklich Hunger. Noctu wehrt ab, setzt Hypnose ein. Das ist doch so gemein. Ernsthaft? Rivalda schläft also mit offenem Maul. Okay. Hauptsache, du schneidest nicht so laut. Nicht, dass da nachher noch wirklich die Wände davon wackeln. Sag mal... Was? Warum? Der hat einfach die Beldras Traum gefressen. So eine gemeine Eule. Und zur Ikune ist nach Hause geklingelt worden. Okay. Aber ja, verstanden. Die Beldra ist aufgewacht. Und rächt sich mit Feuerolde. Volltreffer. Man stiehlt halt nicht die Träume anderer. Egal, wie wenig Geld man hat, reich ist man immer, wenn man seine Träume im Herzen behält. Egal. Hör mir nimm. Wir machen weiter. Exquisit! Ich geb dir gleich Exquisit eins auf die Nuss. Lass mich bloß in Ruhe. Ich wollte nur ein wenig Sport von dem Essen treiben. Aber das war wirklich heftig. Zu heftig. Hier ist die Bar. Mit Jukebox, die ich nicht ganz anspringen will. Irgendwie ist noch nicht so viel los. Aber das kommt noch. Gut. Ja, ähm... Im Grunde bleibt jetzt nur noch der Typ im schwarzen Anzug. Um den kümmere ich mich dann im nächsten Part. Und ja, was alles noch so anfällt. Und euch heil ich liebe erstmal. Mein Lieben, danke fürs Zusehen und bis bald. Tibi, tschüss!